So moin moin, dieses Thema ist hochgradig brisant und ich bin mir auch um die Wichtigkeit dieses Themas bewusst. Ich habe die letzten Stunden eigentlich schon seit gestern, seitdem das bekannt ist mit dem Hack, damit verbracht zu recherchieren. Und das habe ich nicht nur alleine getan, sondern ich habe ja auch ein sehr wertvolles Team an meiner Seite, die mich dabei massivst unterstützt haben. Und nun kann ich veröffentlichen, dass alles darauf hindeutet, dass hinter den Hackangriffen gegen die Politiker und gegen die YouTuber und gegen die Prominenten jemand steckt mit dem Namen Nullrouter. Bei Nullrouter handelt es sich um kein Kollektiv. Nullrouter ist eine einzige Person. Er ist, und da ist mir auch der Name das erste Mal ein Begriff geworden, in der YouTube-Szene bekannt als jemand, der in der Vergangenheit, innerhalb der letzten Jahre YouTuber gedoxt hatte, also sie geleakt hatte, sie auch gehackt hatte. Mir liegen hierzu aus Insiderkreisen drei unabhängige Quellen vor, welche auf Quellenschutz bestanden haben. Ich kann jedenfalls sagen, es deutet alles darauf hin, dass Nullrouter hinter diesen Angriffen, hinter diesen Hackangriffen steckt. Zum einen haben wir das Vorgehen. Das Vorgehen ist exakt das gleiche wie vor einigen Jahren bei den YouTubern. Wir sehen hier immer das gleiche Prinzip auch bei der Veröffentlichung dieser Informationen. Die Anordnung, die Aufmachung, selbst die Bindestriche dazwischen sind immer dieselben gewesen. Wir haben vor ein paar Jahren bei den YouTubern, wo noch klar umstand, dass Nullrouter dahinter steckt, haben wir genau die gleiche Aufmachung wie heute auch bei den Leaks von den Politikern und von den anderen YouTubern. Bereits vor Jahren von Nullrouter geleakte Informationen über YouTuber wurden nun wieder aufgenommen in die aktuellen Veröffentlichungen. Und schon damals hat Nullrouter in seinen Veröffentlichungen angekündigt, dass er auch Politiker doxen möchte und das hat er jetzt womöglich wahrgemacht. Mir wurde ebenso aus Insiderkreisen bestätigt, dass der Twitter-Account, welcher die aktuellen Sachen veröffentlicht hatte, Nullrouter gehören würde. Zu Nullrouter muss man sagen, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Er ist in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder mal auf unterschiedlichen Teamspeak-Servern unterwegs gewesen, hat zum Teil auch mit seinen Doxing-Erfolgen geprahlt. Nur hatte er sich eben damals vorrangig auf YouTuber beschränkt und nun kamen eben die Politiker und Prominenten dazu. Und das Ganze hat nun eine riesige Berichterstattung zur Folge gehabt. Und neben der Berichterstattung hat sich alles andere an Behörden eingeschaltet, was ich überhaupt hätte einschalten können. Selbst die Generalbundesanwaltschaft prüft das Ganze zurzeit. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist nun auch an dem Fall dran und ermittelt dagegen. Und es steht im Raum, dass die Behörden womöglich um Mithilfe bei der NSA bitten werden. Also das ganze Thema ist riesig geworden. So, also wir fassen nochmal zusammen. In der Vergangenheit hat Nullrouter quasi genau das gleiche gemacht, was heute auch gemacht wurde. Nur, dass er damals noch keine Politiker gedoxt hatte. Damals hatte er sich vorrangig auf YouTuber beschränkt. Nun sind Politiker hinzugekommen. Allerdings hat er damals schon angekündigt, dass Leute wie Angela Merkel uns so auch folgen werden. Also, dass es dann auch in Richtung Politik gehen wird. Und mir selber liegen nun drei Quellen, die um Anonymität gebeten haben vor, die mir bestätigen konnten, dass es sich hierbei um Nullrouter handelt. Und dieses Vorgehen erinnert mich sehr an das Vorgehen vor ein paar Jahren, welches ich auch selber mit als News-YouTuber mitverfolgt hatte, als es darum ging, als die ganzen YouTuber gedoxt wurden. Also es ist eine und dieselbe Vorgehensweise und es deutet alles darauf hin, dass er es ist. So, das ist der aktuelle Kenntnisstand, den ich hierzu habe. Wenn es hierzu neue Erkenntnisse gibt, dann halte ich euch selbstverständlich hierzu auch auf dem Laufenden und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.